Willkommen beim Tutorial Kartenlegen für Liebe und Beziehung. Nun geht es um die Karten 25 der Ring bis 32 der Mond. Was bedeuten diese Lenormand-Karten in Verbindung mit den beiden Hauptpersonenkarten Herr und Dame? Die Karte 25 ist die Karte der Verbindung, die Karte der Verbindlichkeit, auch die Karte des Vertrags. In der Beziehung bedeutet das feste Beziehung, Verlobung oder Ehe. Die Karte der Ring zwischen den beiden bedeutet, sie sind in einer festen Beziehung oder sie sind verheiratet. Möglicherweise ist einer der beiden Partner verheiratet. Das ergibt sich aus der gesamten Legung. Die Karte der Ring kann aber auch heißen, dass eine Beziehung eine gewisse Stabilität erreicht hat. Während das Herz Karte 24 nur die emotionale Seite bezeichnet, ist die Karte 25 sozusagen der offizielle Rahmen. Die Karte 26, das Buch, kennzeichnet ein Geheimnis. Möglicherweise gibt es ein Geheimnis zwischen ihm und ihr. Möglicherweise ist sie nicht ganz offen. Möglicherweise gibt es bei ihm etwas, was sie wissen sollte. Das Buch zeigt an, dass die beiden möglicherweise nicht offen miteinander sprechen. Vielleicht, da das Buch aber auch Erfahrung und Lernen kennzeichnet, heißt es, dass man innerhalb der Beziehung noch viel lernen, noch viel übereinander herausfinden kann. Das Buch steht auch für das Unterbewusste. Möglicherweise ist das Unterbewusste einer der beiden Hauptpersonen oder beider Hauptpersonen momentan sehr aktiv, was sich durch Träumen äußern kann oder durch bestimmte Ahnungen. Karte Nummer 27, der Brief, steht für Neuigkeiten. Ähnlich wie Karte Nummer 1, der Reiter, geht es hier um eine neue Information, um eine Nachricht. Ja, aber auch in einem ganz konkreten Sinn. Während Karte Nummer 1, der Reiter, auch eine schnelle Veränderung bezeichnet, etwas, was plötzlich und schnell neu ins Leben kommt oder Aktivität als solche, ist die Karte Nummer 27, die Kommunikation selbst oder der Inhalt der Kommunikation. Also Brief, SMS, E-Mail, Anruf. Weniger ein persönliches Treffen, das würde durch die Karte Nummer 20 der Park oder der Garten repräsentiert. Hier gibt es also Nachrichten von ihm oder von ihr. Die Karte 30, die Lilien, kennzeichnen einerseits die Sexualität, andererseits aber auch die Familie. Es kann sein, dass er ein sehr familienbezogener Mensch ist oder dass seine Familie sie kennenlernen soll. Es kann auch sein, dass sie eine sehr sinnliche Frau mit sehr viel Ausstrahlung ist. Die Karte, die Lilie, bei der weiblichen Hauptpersonenkarte, bezeichnet auch eine sehr attraktive Frau, die eine starke Ausstrahlung hat. Die Karte zwischen ihnen bedeutet Sinnlichkeit, kann aber auch Familiengründung bedeuten. Vor allem im Zusammenhang mit der Karte 17, der Storch und der Karte 13, das Kind. Auch hier gibt der Kontext die Gesamtbedeutung an. Die Karte 31, die Sonne. Die Sonne kennzeichnet das vitale, lebensspendende, eher maskulin attribuierte Element. Mit der Sonne sehen wir das große Glück, die Zufriedenheit und auch den Erfolg in allen Dingen. Möglicherweise kennzeichnet das seinen Charakter, vielleicht ist er oder sie auch ein Feuerzeichen. Möglicherweise wird ihre Beziehung momentan sozusagen besonders positiv bestrahlt. Die Sonne kennzeichnet auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Einer von beiden hat ein starkes Ego, möglicherweise auch sie beide. Auch hier ist bei einer grundsätzlich sehr positiven Karte der Kontext zu beachten. Was wird momentan besonnt? Welcher Erfolg in der Beziehung steht gerade zur Diskussion? Im Gegensatz zur Karte 31, die Sonne, repräsentiert die Karte 32, der Mond, die unterbewussten Kräfte, das archetypisch Weibliche, das ewig Weibliche. Diese Karte kann, wenn sie bei ihr liegt, zeigen, dass sie möglicherweise eine sehr intuitive, vielleicht auch eine medial begabte Person ist. Es kann aber auch heißen, dass sie schlaflose Nächte hat, hoffentlich nicht wegen der Beziehung. Es kann auch sein, dass die Karte der Mond bedeutet, dass die beiden sich irgendwie täuschen, so wie das Mondlicht ja auch manchmal trügerisch ist. Vielleicht weiß man doch noch nicht alles übereinander oder es gibt ein Geheimnis in der Beziehung, das vielleicht auch durch die Karte das Buch angedeutet wurde. Oder man macht sich Sorgen. Der Mond ist eine mehrdeutige Karte. Es kommt darauf an, in welcher Verbindung andere Karten, emotionale Karten, wie das Herz beispielsweise, mit dem Mond liegen, damit man einschätzen kann, was diese Karte für die Beziehung zwischen den Hauptpersonen bedeutet. Das war die Bedeutung der Karten 25 der Ring bis 32 der Mond aus dem Lanomorddeck in Kombination mit den Hauptpersonenkarten. Karteier Untertitelung des ZDF, 2020